Übrigens, ein Leben ohne Wertschätzung und Komplimente ist wie ein Bankkonto ohne Devisen und Einlagen. Nämlich leer. Meine Mama sagte immer, Marco, hör auf zu popeln. Nee, sie sagte immer, ein Mensch, der sich geschätzt fühlt, wird immer mehr leisten, als von ihm erwartet wird. Aber ich rate jeden, für sein Handeln und seine Hingabe keinen Dank oder gebührende Wertschätzung zu erwarten. Schön aber, wenn Engagement trotzdem honoriert wird. Ein Freund von mir hat von seinem Chef neulich eine Karte mit folgenden Worten bekommen. Danke für Ihre Mitarbeit. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Mit Ihrem Engagement, den vielen unbezahlten Überstunden und wegen Ihrer Kreativität haben Sie dafür gesorgt, dass das letzte Jahr zum erfolgreichsten Geschäftsjahr seit Gründung der Firma geworden ist. Und als Zeichen meiner Dankbarkeit und Wertschätzung schenke ich Ihnen zwei formschöne Teelichter von Ikea. Ja, manche Führungskräfte sind wie Falter. Die schlechten sind die Zusammenfalter, die guten die Entfalter und die gelben sind die Zitronenfalter. Wertschätzung ist für viele leider kostenlos und dabei ist sie doch unbezahlbar. Und bedeutet für mich im Umkehrschluss, einmal dumm gestellt, reicht für den Rest des Lebens. Oder salopp ausgedrückt, mach auf doof und keine Sau fragt dich zukünftig nach einem Gefallen. Ich halte es mit der Dankbarkeit wie folgt. Wenn ich um die Wertschätzung anderer buhlen muss, will ich sie gar nicht. Auf der anderen Seite bin ich vielen Leuten so unfassbar dankbar, weil sie mir mit ihrem Verhalten jeden Tag zeigen, wie ich nie werden möchte. Konfuzius sagte einmal, auch der weiteste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Apropos, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich mir in den 70ern meine erste LP von den Rolling Stones im 10 Kilometer entfernten Nachbardorf in Johns Plattengeschäft gekauft habe. Nachdem ich den Plattenladen endlich erreicht hatte und ich war die über 10.000 Schritte mit Sandalen und im Dauerregen unterwegs und die nassen Socken hatten sich bereits schon wie zwei panierte Schnitzel über den Weg verteilt, sah ich das Objekt meiner Begierde im Schaufenster stehen und verschlang es mit gierigen Blicken. Leider musste ich eine Minute später schlucken, feststellen, das Geschäft an diesem Mittwochnachmittag geschlossen hatte. Am nächsten Tag war es dann soweit. Ich machte mich erneut auf zu Johns Plattenladen. Diesmal fiel kein Regen, aber dafür hakelte es Pingpong, große Bälle vom Himmel. Vor dem Schaufenster angekommen, stellte ich nun mit Schrecken fest, dass ich meine Brieftasche zu Hause vergessen hatte. Ich machte mich also erneut mit Tränen in den Augen auf den Heimweg. Am dritten Tag klappte es dann endlich und diesmal fiel auch kein Regen und auch kein Hagel, aber dafür wehte mich eine orkanartige Böe direkt in Johns Plattengeschäft. Zusammen mit drei abgeknickten Randfechten. Nonsens. Der Umstand, dass ich lange für etwas gearbeitet, gespart und 60 Kilometer zu Fuß unterwegs gewesen bin, erfüllte mich natürlich mit Freude. Ich hatte diese Platte aus Vinyl gekauft. Ja, vom gestohlenen Geld aus der Brieftasche meiner Mutter. Nee, das war natürlich ein Scherz. Das Geld hatte ich von meinem Vater geklaut, bekommen. Auf jeden Fall hatte ich etwas dafür geleistet und die Musik nicht einfach aus dem Internet runtergeladen. Insbesondere, weil es dieses Intranetz ja auch noch nicht gab. Für die Jüngeren von ihnen, eine LP, sprich Langspielplatte, ist eine große, runde Scheibe, so ähnlich wie die Erde. Also bevor andere Theorien aufkamen. Ich habe die Platte gehegt und gepflegt wie ein Schatz. Und wenn Mick Jagger I Can't Get No Satisfaction gegrölt hatte, ging es mir genauso. Und jetzt ist alles nur noch einen Mausklick weit entfernt. Selbst der Schatz, den man vielleicht später mal heiraten möchte, anklicken oder einfach Seite wischen. Tinder leicht. Man kann sich heutzutage alles kaufen, ohne sich groß Gedanken machen zu müssen. Wertschätzung, Fehlanzeige. Das Neue wird schnell langweilig und wird dann einfach durch das nächste Neue ersetzt. Übrigens so geschehen auch mit meinem Freund, von dem ich eingangs sprach. In diesem Jahr lagen die Geschäftszahlen etwas unter dem Budget. Also hat er anstelle einer Dankenskarte den blauen Brief erhalten. Und deshalb habe ich ihm dann zum Trost natürlich zwei Tierlichter gekauft. Danach haben wir uns bis spät in die Nacht die Kante gegeben. Nachdem die letzte Flasche Wodka geleert und der Whisky auf der Couch schon fast eingetrocknet war, prostete ich meinem Freund mit einem Eierlikör zu und meinte lapidar, weißt du, ich muss immer wieder einmal feststellen, dass man bei der Lieferung mancher Zeitgenossen und natürlich meinte ich seinen Chef, den Storch am besten schon im Landeanflug erschossen hätte. Er lachte laut und dann reierte er seinen Namen auf den Küchenboden. Fehlerfrei. Das sollen ihm mal die Walddorfschüler erstmal nachmachen. Und alles nur wegen der Wertschätzung. Wahnsinn. Was? Übrigens, wenn der Mathelehrer fragt, wie viel ist dreimal neun? Und sie antworten, na, so ungefähr neunundzwanzig, dann ist das keine Wertschätzung, sondern ein Schätzwert. Vielen Dank. Übrigens, ich spiele in der Schweiz nur noch wenige Vorstellungen meiner Comedy-Show. Ich weiß es nicht. Also, ich weiß es schon, aber sie ja noch nicht. Also das heißt, jetzt wissen sie es. Und im Frühjahr 2024 freue ich mich auf einige Deutschland-Termine, die sie auf meiner Webseite www.marcorima.ca finden können. In diesem Sinne, ich freue mich auf euch. Hebe die Haare. Äh, habe die Ehre. Übrigens, Only4Me-Fans können sich hier auch gerne für meinen Newsletter anmelden und dann bekommt ihr hin und wieder keine Nacktbilder zu sehen, aber dafür ein paar lustige Neuigkeiten rund um mich und mein Leben.